Hallo, ich bin Silke Heimes, Ärztin, Autorin und Professorin und beschäftige mich seit längerer Zeit mit der heilsamen Kraft des Schreibens. Warum verbessert Schreiben die Gesundheit? Schreiben hilft, Gefühle und Gedanken zu sortieren, verschafft neue Einsichten und Perspektiven und führt deswegen zu einem gesünderen und positiveren Leben. Wenn Sie das gerne einmal ausprobieren wollen, dann finden Sie in diesem Buch das 12-Wochen-Programm für zu Hause. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg und natürlich viel Gesundheit. Das Buch enthält eine Einleitung zum Thema und einen Praxisteil. Der Praxisteil ist eine Art Gesundheitstagebuch, in dem ich Ihnen jeden Tag einen Schreibimpuls gebe und Sie durch das Programm leite. Nach jeder Woche und jeder Etappe, es sind insgesamt drei, gibt es eine Reflexion wie zum Beispiel, was haben Sie in der vergangenen Woche über Ihre Bedürfnisse gelernt? Außerdem gebe ich Ihnen Tipps und Hilfestellungen, wie man es schafft, zwölf Wochen lang jeden Tag 15 Minuten zu schreiben. Bleiben Sie dran, es lohnt sich!